Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Wir werden gleich eine Perücke anprobieren. Ich habe mir nämlich noch eine Perücke bei Amazon bestellt. Dieses Mal ist sie ein bisschen teurer als die anderen. Das heißt, meine Erwartungen sind natürlich jetzt auch so ein kleines bisschen höher. Und ich bin sehr gespannt, ob es da jetzt so große Unterschiede gibt in Bezug auf den Preis. Also wir reden immer noch von einem relativ niedrigen Preis für Perücken. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ist diese Perücke ein bisschen teurer als die anderen davor. Das ist auch schon das gute Teil. Wir packen das jetzt zusammen aus. Ich finde generell dieses Balayage Ombre übertrieben schön, wenn man einen besonders dunklen Ansatz hat. Ich habe jetzt nicht so den dunklen Ansatz. Ich finde das jetzt auch ganz schön. Aber mit so einem dunkleren Ansatz finde ich es irgendwie noch schöner. Oh krass, okay. Die fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Die sieht auch echt, echt aus. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera wirkt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre so eine Person und ich würde so deren Haare sehen, ich würde es dir sofort abkaufen, sage ich ganz ehrlich Leute. Apropos so eine kleine richtig random Story, liebe Leute. Ich war letztens arbeiten und meine Arbeitskollegin hatte zu 100% der Perücke auf, weil es mir sofort aufgefallen ist. Also ich würde sagen, ich glaube, ich habe schon so ein geschultes Auge, wenn es jetzt um echte und nicht echte Haare geht. Natürlich, manchmal sieht man es wirklich nicht, weil es richtig gut gemacht wurde. Aber ab und zu sieht man es, wenn man darauf achtet. Und ich persönlich, ja, ich suche ja quasi schon nach Fehlern bei Perücken und solchen Sachen. Und ja, meine Arbeitskollegin hatte auf jeden Fall letztens eine an. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt die Haare hoch und wir probieren zusammen die Perücke an. Krass Leute, also ich gucke jetzt gerade noch so in den Bildschirm, aber die Haare fallen halt auch echt natürlich. Ich finde, auch der Ansatz sieht richtig, richtig gut aus. Ich muss halt wirklich sagen, ich müsste definitiv meine Augenbrauen dunkler malen. Aber grundsätzlich feiere ich die Perücke jetzt schon mal sowas von. Also wenn ich jetzt so alle Haare vorne haben wollen würde, dann würde es halt so aussehen. Ich persönlich finde es ein bisschen schöner, wenn nicht alle Haare vorne sind. Okay Leute, ich finde die Perücke einfach krass authentisch. Punkt 1, ich habe nicht erwartet, dass sich die Perücke so gut anfühlen würde. Punkt 2, ich finde der Ansatz ist auch sehr, sehr gut verarbeitet. Ich habe da jetzt noch nichts dran gemacht. Also man hat hier vorne theoretisch noch die Möglichkeit, es auszuarbeiten und das halt nochmal an seinen eigenen Kopf anzupassen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe jetzt erstmal einfach nur die Perücke so, wie sie ist, ohne da irgendwelche Veränderungen vorzunehmen, anprobiert. Was mich auch überrascht hat, ist, dass es so viele Haare gab. Diese besch***te Haare, Leute! Ja, Punkt 3, ich finde die Perücke fällt sehr natürlich. Ich finde die Farbe tatsächlich auch sehr gelungen und es glänzt nicht so stark. Die Perücke ist halt wirklich authentisch, deutlich authentischer, als ich es erwartet habe. Also ich bin sehr positiv überrascht. Außerdem hat die Perücke drei kleine Klammern, beziehungsweise so Art Kämme. Hier, hier und am Hinterkopf. Und die sorgen auf jeden Fall nochmal für besseren Halt, was ich persönlich richtig, richtig cool fand. Das habe ich bisher noch nicht gesehen bei Perücken. Aber ich bin begeistert davon, Leute. Preisleistung. Ich finde tatsächlich, der Preis ist absolut angemessen. Man hat eine viel, viel bessere Qualität, als bei den kompletten Billow-Perücken. Man zahlt jetzt aber auch nicht ein richtig krasses Vermögen dafür. Also ich bin richtig positiv überrascht. Und ich finde auf jeden Fall, die guten Bewertungen auf Amazon sind absolut verdient. Boah, ich finde die richtig, richtig cool, Leute. Wirklich jetzt. Ich glaube, ich würde die mit einer Mütze tragen. Ja, ich glaube, ich probiere das jetzt einfach aus. Okay, Leute. Ich feiere diese Perücke mal so was von hart mit der Mütze in Kombination. Und das fühle ich. Ich würde jetzt am liebsten genauso rausgehen. Ich glaube, ich möchte das nicht direkt an den allerersten Tagen an der Uni machen. Aber ja, hätte ich jetzt keine Uni, würde ich genauso rausgehen. In der Uni ist es so zu schön. Punkt drei, Leute. Ich finde die... Ich kriege ein Ausrassender. Und was ich auch noch erwähnen wollte. Ich habe noch kein einziges Haar von der Perücke verloren, was einfach mega, mega krass ist. Weil die meisten Perücken einfach zwischendurch immer Haare verlieren. Und bei der hatte ich das bisher noch gar nicht. Also die Haare scheinen sehr gut reinverarbeitet zu sein in die Perücke. Oha, ich feiere das so sehr. Ich möchte genauso in die Uni. Ich möchte die gar nicht ausziehen, Leute. Aber dann falle ich auf. Und ich möchte nicht so auffallen. Okay, Leute. Was soll ich euch großartig sagen? Ich bin absolut begeistert. Ich kann gar nicht meckern. Ich bin begeistert von der Handhabung. Ich bin begeistert von der Farbe, von der Haptik, von der Qualität im Allgemeinen, von der Verarbeitung. Wirklich, ich bin maßlos begeistert. Also ich würde der Perücke auch preis-leistungstechnisch 5 von 5 Sternen geben. Tja, ich bin auch überrascht, liebe Leute. Ich bin auch überrascht. Aber das ist wirklich eine mit der coolsten Perücken, die ich besitze. Und ich feiere die so sehr. Ich bin gerade richtig froh, dass ich ihn bestellt habe, Leute. Und alle, die mir geschrieben haben, probieren doch mal eine buntere Perücke aus. Das wird auch noch folgen. Ich werde da auf jeden Fall auch noch ein paar Try-ons mitmachen. Aber ich wollte auf jeden Fall erstmal diese Perücke hier anprobieren, weil die mich so umgehauen, so gecatcht hat. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat die Perücke ebenso gefallen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Perücke sagt. Und freue mich aufs nächste Video. Habt einen super schönen, sonnigen Tag und genießt den Herbst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.